Und sie trifft, 2 zu 1. Und schön. Sie sehen aus wie Schritte, oder? Ja, ganz. Schöner Wurf von Isi, den sie da noch runterzieht. Ist noch lang in der Luft. Und auch natürlich, dass die technischen Probleme da schnell gelöst werden. Und da kommt der nächste Treffer für Buxtehude. Schöner Abschluss, schöner Eber. Und der ist drin. Wahnsinn. Dölle mit dem nächsten Treffer. Dölle mit dem Wurf. Den nimmt sie zur 31-30-Führung. Dölle mit dem Wurf. Vielen Dank.